Schneller, stärker, smarter. Der Kreis Offenbach ist Teil der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Hier verbinden sich starke Wirtschaftskraft und optimale Lebensqualität. Für den Standort gilt die Devise schneller, stärker, smarter. Die 13 Kommunen sind begehrte Wohnorte. Sie überzeugen mit Vielfalt und Lebensart. Große Waldgebiete, idyllische Mainauen, Streuobstwiesen und zahlreiche Seen prägen das Bild einer Großstadt im Grünen. Am Airport Frankfurt öffnet sich das Tor zur Welt. Fast jede Metropole auf allen Kontinenten ist in 24 Stunden zu erreichen. Der Kreis Offenbach steht für Kontraste. Naherholung im Ballungsraum wird großgeschrieben. Die Regionalparkrouten laden zu Radtouren ein. Für fast alle sportlichen Aktivitäten gibt es ein passendes Angebot. Bildung hat oberste Priorität. Das zeigen top-sanierte Schulen im gesamten Kreisgebiet. Handel und Wandel sind hier seit Jahrhunderten zu Hause und haben überall sichtbare Spuren hinterlassen. Das Kulturangebot überzeugt mit Veranstaltungshighlights und Abwechslung Tag für Tag. In den Städten und Gemeinden ist immer etwas los. Mobilität steht hoch im Kurs. Von der engmaschigen Vernetzung aller Verkehrsmittel profitieren nicht nur Pendler und Schüler. Die Region boomt. Die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie wissensintensive Dienstleistungen haben einen hohen Stellenwert. Die Berufsakademie bildet im dualen System hochqualifizierte Fachkräfte aus. Zukunftsorientierte Unternehmen profitieren von Kooperationen mit nahegelegenen Hochschulen und Universitäten. Wissenschaft und Wirtschaft gehen Hand in Hand. Der breit gefächerte Branchenmix mit starken Handwerksbetrieben und traditionellen Mittelständlern garantiert dauerhaft Wachstum und Prosperität. Unternehmen, die im globalen Wettbewerb gut aufgestellt sind, sorgen für einen stabilen Arbeitsmarkt. Der Service der Wirtschaftsförderung überzeugt. Rückgrat des Kreises ist seine vielseitige Infrastruktur. Sie garantiert kurze Wege und gute Versorgung. Im Kreis Offenbach stimmen die Standortbedingungen. Das spiegelt sich in den Ergebnissen zahlreicher Studien wieder. Regelmäßig werden Spitzenplätze erreicht. Einkommen und Bruttoinlandsprodukt liegen zudem deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Der Facettenreichtum der 13 Kommunen lässt keine Wünsche offen. Ob Shoppingtour oder Relaxen in historischem Ambiente. Das Benediktinerkloster Seligenstadt wird von Touristen und Tagungsgästen gern besucht. Es ist eng mit dem Namen Einhard, dem Biografen von Karl dem Großen, verknüpft. Der Klostergarten mit seinen Heilkräutern ist Beleg dafür, dass Gesundheit und Wohlbefinden eine lange Tradition haben. Das pulsierende Leben der Mainmetropole Frankfurt verbindet sich mit dem individuellen Flair der Umlandkommunen. Stark positioniert sind auch die Bereiche Maschinenbau, Automotive und Logistik. Mit innovativen Lösungen übernehmen etliche Betriebe national und international Vorreiterrollen. Die Region eignet sich ideal zum Treffpunkt für Tagungen und Kongresse. Eine gut aufgestellte Hotellerie hält für jeden Bedarf die passende Location bereit. Gepflegte Gastlichkeit und kulinarische Genüsse schaffen Wohlfühlatmosphäre rundum. Für Geschäftsleute ist der Flugplatz Egelsbach Gateway zur Metropolregion. Der kurze Weg zum Meeting. Viele Global Player haben im Kreis Offenbach ihre Europazentrale angesiedelt. Bekannte Markennamen sind ein besonderes Plus, ebenso wie Hidden Champions. Der Standort ist begehrt. Die Region gilt für das Business als das Drehkreuz auf dem europäischen Kontinent. Hier ist alles schneller, stärker, smarter. Standort Plus, das heißt auch Lebensqualität und optimale Work-Life-Balance. Schneller, stärker, smarter. www.standortplus.de www.standortplus.de Untertitelung. BR 2018